Dieser Subaru verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. Ein Benzinmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Mit dem Bluetooth-System können Sie einfach und sicher freihändig telefonieren. Dieses Auto hat unter anderem auch eine Rückfahrkamera, ESP und Tagfahrlicht. Zur Ausstattung dieses Autos gehören ebenfalls Dachreling, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Subaru machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Die Funktion des Autos gehören sein. Das war's. Das Fahrradantrieb ist richtig gut. Das war's. Das war's. Das war's. Dass wir die Automatik wichtig haben. Untertitelung des ZDF, 2020